schwer bewaffnet ziehen wir los hat einen krunk wir gehen zum händler und zwar zu dem hier wir wollen die zombies tot an die aufgabe machen wir werden jetzt die händler abklappern weil ich noch immer der meinung bin dass es dieses reparaturkitz sich irgendwo händler auch zu erwerben gibt sollte es hier beim händler zu erwerben gehen gehen welche looten und hauen unseren ganzen loot in den rand wenn wir dort finden beziehungsweise wenn wir das nicht hat bluten wir und gehen dann sowieso zurück wir sind schon noch auf tag 14 mehr mit unseren basit nicht erweitert nicht ausgebaut nothing gemacht ja wenn das schön überleben jetzt war nicht gemerkt um welche uhrzeit dieses ging startet ich habe zu wenig wasser mitgenommen aber normal finden wir wasser eh wie sand am meer ich hoffe war jetzt genauso dann du kommst ein natürlich möchte ich auch gleich ein fleisch abschauen die umgebung hier in dem gebiet habe ich ja sagen nur dem wolf daher trüben entdeckt da so ein ort wo wir halt wirklich falsch oder doch dass wir da ein kit irgendwann bekommen schnell unterwegs zweitens bringen wir auch ein bisschen was rein noch mehr lager kapazität viele händler jetzt hast du das das sehe ich schon das einige steuer zum abbauen sind nicht nur tun im kupfer auch wir haben auch verbandmaterial alles mit dauernd kaffee pizzeria so hier werden wir wohl die antide vorschlagen was hast du auto teile hat das wirklich das würde uns eigentlich zu viel kosten ich mache trotzdem die aufgabe das kann ich für dich türen Fotos vor Ort bin ein mir der b easy oder mit dem das wenigste an munition haben aber was haben wir noch ich habe alle getötet für dich und ich möchte den team machen gibt es noch medica dazu zu viel stoffe eine bandage zähne 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 aber ich liebe dich Bruder ich liebe dich aber trotzdem da runter würde ich sagen und looten bäuer eigentlich viel Platz und dann gehen wir wieder zurück und dann gehen wir wieder zurück um Ah, den habe ich auch bekommen. Die Karte ist zu fett. Das kann ich mal noch looten. Dann würde ich da looten gehen eher und dann würde ich die Straße so entlang gehen. Nur außen natürlich keine Häuser looten. Dann werden wir in der Folge noch looten. Dann werde ich zurückgehen. Ich werde Benzin nehmen und dann schauen wir, dass wir zu unserem Fahrzeug wieder finden. Den wir eh schon mal waren. Wir haben halt trotzdem ran. Okay. 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 Drinky, drinky. Jetzt kommt hier ein Hund. Hoffentlich wusste ich, dass mir die Kids so viel wert ist, oder? Okay. Okay. Ich habe Flutungsschaden, da geht immer das Leben runter, wenn sowas explodiert. Muss ich im Auge behalten, nicht dass ich jetzt an dem verrecke. Du Scheiß, sagt er. Sion. Eine Salve verwenden. Hm? Sion. 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 Anhaltender Blutverlust. Ich will nur heim. Ich will nur heim, dann kann ich sterben gehen. So, das teile ich auch. Ja. Mhm. Okay. Oh, okay. So, ne? Es hilft auch trinken oder was? Hm. Hm. Na ja, das müssen wir auch bauen. Das müssen wir auch machen. Und dann gehen wir dorthin. Ja, das müssen wir auch machen. Ja, das müssen wir auch machen.